Hi, ich bin Belle und ich trinke gerne Kaffee. Und ich mache dir gerne Kaffee? Ich wollte heute einen Pumpkin Spice Latte trinken. Dafür gebe ich eine Tasse frische Espressobohnen in das Malwerk. Bei uns werden sie direkt in der Maschine gemahlen. Wie auch im heutigen Video lässt sich nicht vermeiden, dass auch mal Marken zu sehen sind, deshalb markieren wir diese als Werbevideo. Denn unsere eigenen Gegenstände extra abzukleben, fänden wir schon etwas komisch. Nachdem ich den gemahlenen Kaffee getempert, den Überschuss abgezogen und den Kaffee aufgeraut habe, starte ich den Wasserdampf. Die kalte Milch wird in den Wasserdampf gehalten und aufgeschäumt. Wichtig ist die Dampfdüse dabei knapp an der Oberfläche zu halten und die Milch auf etwa 63 Grad aufzuwärmen. Während die Milch etwas ruht, gebe ich etwas von Belle's Pumpkins bei Sirup auf den Boden des Glases. Nun kann die leicht abgekühlte Milch und ganz viel Milchschaum in das Glas gefüllt werden. Der Siebträger wird eingehangen und das Glas oder ein passendes Gefäß wird runtergestellt. Maschine an und den Espresso aufbrühen. Nun wird der Espresso vorsichtig zur Milch und dem Sirup hinzugegeben. Für den extra Pumpkin-Kick noch einmal mit Sirup verzieren. Und das ist Belle's Pumpkin Spice Latte.